Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Das ist dein Samstag hier mit dem Format auf dem Kanal, wo es nur um dich geht. Richtig, denn es werden deine Bilder besprochen. Wenn du dich fragst, wie meine Bilder, ich habe ja gar keine irgendwo eingesandt, dann würde ich dir dringend empfehlen, nach dem Intro mal genau zuzuhören, wie das Ganze geht, denn dann kannst auch du demnächst hier deine Fotos auf dem Kanal besprochen bekommen. Ich finde, eine der wichtigsten Dinge überhaupt beim Fotografieren ist Feedback einholen. Und zwar Feedback von irgendjemandem, der weiß, wovon er redet. Und nun mag es sein, dass dir meine Art der Fotografie überhaupt nicht gefällt, dann hole dir am besten kein Feedback von mir ein. Wenn du aber sagst, ja doch, das, was der Frank so macht, das gefällt mir eigentlich ganz gut und das, was er so zu Bildern sagt, hier im Rahmen der Bildbesprechung, das kann ich auch gut nachvollziehen, dann ist allerhöchste Zeit, dass vielleicht auch du Bilder einsenden solltest. Dazu gehst du einfach auf unsere Webseite, die heißt ff-fotoschule.de und da kannst du oben im Suchfeld, das ist in der Hauptmenüleiste, da gibt es so eine kleine Lupe zum Suchen und da gibst du einfach ein FAQ. Dann kommst du zur FAQ, also zu den Frequently Asked Questions zum Bildbesprechungssamstag und erkläre ich ganz genau im Textform, wie auch du Fotos einsenden kannst. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du bei uns im Workshop-Programm ein bisschen vorbeischaust, denn wir machen natürlich wieder Präsenz-Workshops, die sind in vielen Stellen und auf vielen Orten auf dieser Welt mittlerweile wieder erlaubt. Da würde ich mich freuen, wenn du dich auf der Webseite umsiehst und außerdem steht natürlich das gesamte Fotoreiseprogramm für 2021. Und 2021 fahren wir das erste Mal auch nach Island im Hochsommer ins Hochland auf die Westmännerinseln, also Papageientaucher fotografieren, aber eben auch im Hochland fotografieren. Wenn du sagst, das könnte was für mich sein, so ein bisschen abseits der komplett ausgetretenen Pfade ein wenig Island erleben und fotografieren, dann guck da unbedingt vorbei. Das ist bestimmt eine der coolsten Reisen, die du wahrscheinlich in deinem Leben gemacht hast und machen wirst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die Zeit da gemeinsam verbringen können. Jetzt wünsche ich dir hier ganz viel Spaß bei den Bildern von heute und dann sehen wir uns am Ende des Videos nochmal kurz hier wieder. Das erste Foto in der heutigen Folge stammt von Manuel Scharper. Und der Manuel hat das vielleicht beste Streetfoto der letzten Jahre, auf alle Fälle der letzten Monate eingereicht. Ich sage gleich, was noch besser wäre, aber was sehen wir? Wir sehen den Blick auf eine Treppen-Rolltreppenanlage und wir sehen oben ganz offensichtlich eine Art Werbung, würde ich mal sagen. Also wahrscheinlich ist das ein Werbeplakat. Das hat Manuel sehr schön hell belichtet. Dadurch ist die Struktur dieser Werbung kaum zu erkennen. Dass die Schärfentiefe so gering ist, wie sie ist, finde ich auch ganz okay. Ich gucke mal gerade ganz kurz hier, das ist eine Blende 2,2 fotografiert, einem 50 Millimeter Objektiv an einer APS-C Kamera. Das heißt Bildwinkel entsprechend 35 Millimeter, Kleinbild 75 Millimeter. Ja, dadurch haben wir so eine leichte, schon verdichtende Wirkung und dadurch fehlt so ein bisschen an Schärfentiefe. Wenn ich mir eine Sache wünschen würde bei diesem gesamten Bild, dann wäre es, dass derjenige, der hochgeht, einen Rollkoffer hätte. Also das ist, oder eine richtige Reisetasche. Nicht so einen Einkaufstrolli oder irgend so etwas, also auf alle Fälle so etwas punktförmiges Beutel-ähnliches, sondern wirklich was zum, wo man das Gefühl hat, derjenige verreist auch wirklich. Ansonsten, geiles Foto, richtig gutes Streetfoto, gefällt mir wirklich megamäßig. Andi Breuer hat ein richtig gutes Vogelfoto eingesandt, und zwar ein Vogelfoto eines Eichelheers, der da irgendwas sammelt. Wenn Eichelheer etwas können, dann ist es unfassbar viel in ihrem, sag mal Rachenraum, wie heißt das? Also in ihrem Kropf wahrscheinlich sammeln und das dann irgendwo an die Kleinen verfüttern. Ich gucke hier gerade mal nach. Das ist mit einem 100 bis 400 fotografiert. Und dadurch haben wir auch eine sehr schöne Unschärfe im Hintergrund. Das Ganze mit Blende 7,1, aber tatsächlich bei 400 Millimeter. Und das sieht einfach wirklich sahnemäßig weich im Hintergrund aus. Vielleicht ein bisschen schade, dass dieser helle Bokehfleck so am Hintern des Vogels hinten durch scheint. Ansonsten richtig, richtig cool. Schöne Struktur auf dem Moos, tolle Farben, gute Schärfe, richtig, richtig gutes Tierfoto. Von Bernhard Zabors haben wir diese Einsendung des Alten Rathauses in Mannheim. So, starten wir mal mit dem, was daran schick ist. Das ist das Gebäude. Und vielleicht auch so ein bisschen die Struktur vom Himmel. Insgesamt ist das Foto meiner Meinung nach viel zu spack, und zwar rundherum. Unten, weil die Füße der Personen alle abgeschnitten sind. Oben, weil fast der Kirchturm an den Rand anstößt. Rechts, weil das Gebäude fast rechts an den Rand anstößt. Und links, weil das Gebäude fast links an den Rand anstößt. Und da sind auch so Personen halb angeschnitten sind. So, und da habe ich noch kein Wort zum Calakie gesagt. Ihr merkt, dass ich habe mich sehr stark beherrscht. Wenn ihr ordentliche Fotos in Mannheim machen wollt, dann schaut doch mal bei unseren Heidelberger Fotokursen vorbei. Die Theorie-Teile und auch die Praxis-Teile finden aktuell in der Rhein-Neckar-Region in Heidelberg statt. Super gerne. Dem Link hier unten unter diesem Video folgen. Dann zeigt euch der Ernst Altenkirch, wie ihr ein ordentliches Foto macht. Mein lieber Bernhard, schreibt mir super gerne einen Kommentar. Was ist die Intention des Calakies gewesen? Also was ist der Mehrwert des Fotos, dadurch, dass du den Rotkanal nicht rausgezogen hast? Du hast ja das einfach über eine Kanaltrennung gemacht. Deswegen sehen wir ja auch noch so Jacken, die braun gewesen sind im Hintergrund. Die haben noch so einen leichten Rotanteil. Der Rest ist davon natürlich weg. Was ganz unschön aussieht, weil es ist kein richtiges Calakie, sondern es ist einfach nur am Kanalmixer ein bisschen rumgedreht. Selbst wenn es ein richtiges Calakie wäre. Warum? Von Calogero Streit haben wir diese Einsendung. Und diese Einsendung trägt den Titel Schattenspiel und genau das zeigt es für mich auch. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, ob ich es so richtig geil finde, dass oben rechts in der Ecke dieses Fenster ist. Dass wir vielleicht vor einer Wand ohne dieses ablenkende Segment da oben und das Element noch besser gewesen. Vielleicht wäre es auch tatsächlich noch ein klein wenig besser, wenn unten noch ein bisschen mehr drauf wäre, also du ein bisschen weiter weggestanden hättest. Und ich weiß nicht, was wir rechts am Rand noch von Schatten sehen, aber wenn das deiner ist, dann ist es auch nicht richtig schick. Jetzt kommen wir zu dem guten, cooler Schatten. Schön, dass der Schatten nicht einheitlich ist, sondern dass wir so das Gefühl haben, dass da, wo der Stoff doppelt liegt oder sowas, oder der Arm ist ja auch dunkler als der Rest, also wo immer das raus resultiert. Kein blassen Schimmer, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist es oben bei dem linken Schatten am Kopf so fast komplett durchsichtig und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Je mehr länger ich da hingucke, bin ich mir gar nicht sicher, sehe ich überhaupt einen Schatten oder nicht, aber wahrscheinlich ja. Also das ist einfach ein Bild, womit man sich beschäftigt und das finde ich an dem Foto ganz gut. Ist mir im Thumbnail schon aufgefallen, als ich das eben hier in der Vorschau geöffnet habe. Christopher Böhnke hat in der Aschauer Bucht fotografiert, also am Chiemsee nehme ich an. Boah. Christopher, meinen virtuellen Hut ziehe ich vor deiner Aufnahme. Ich habe lange nicht mehr so eine geile Struktur auf Wasser gesehen. Also die ist wirklich, wirklich richtig sehenswert. Das ist mit einer 320. belichtet, das ist mit Lände 5,6 fotografiert und wir haben eine Brennweite, Kleinbild-Equivalent von 230 mm. Lass ich mal kurz gucken, mit einer Lumix und einem 100-300. Aber diese Struktur von dem Wasser, die sieht einfach einmalig aus. Die Paddler passen auch ganz gut dazu. Die Struktur da, wo die Sonne sich einspiegelt, sieht sehr, sehr schick aus. Die Sonne an sich ist cool. Oben die Abdunklung des Himmels ist toll. Wenn ich jetzt so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich oben noch ein bisschen weiter beschnitten, sodass diese rosa Wölkchen, die direkt über der Sonne sind, am Bildrand, dass die nicht mehr drauf sind, sondern dass oben mit diesen Petrolfarben im Streifen das Bild oben abgeschlossen wird. Und ich hätte wahrscheinlich hinten am Ufer diese weißen Stellen, wahrscheinlich ist es ein Campingplatz, ich versuche mal ein bisschen rauf zu, ja, richtig gesehen. Das sind Wohnwagen, Dächer, die noch so ein bisschen Restlicht von oben bekommen. Das hätte ich einfach mit einem Pinsel unterbelichtet, sodass das einen schönen Scherenschnitt da des Ufers gibt, weil diese weißen Flecken im Wald oberhalb der beiden Paddler, die lenken mich ein bisschen ab. Ansonsten ein richtig, richtig geiles Sonnenuntergangsfoto. Horst Dunkhorst war im Harz unterwegs und hat hier eine der Harzer Bahnen fotografiert. Ja, gut, ich habe das auch schon gemacht. Insofern, ich habe auch nicht das beste Foto gemacht, was man machen kann. Also die richtig geilen Harzbahnfotos entstehen ja in aller Regel an richtig kalten Wintertagen auf den Brocken und so weiter. Ihr wisst es alles. Das ist hier trotzdem schon soweit ganz okay, aber es ist eben ein Harzbahnfoto. Also es ist jetzt nichts besonders Dolles. Du stehst halt am Rand der Schienen irgendwo in der Nähe eines Bahnübergangs, vermute ich. Da trennen sich ja auch gerade so die Schienen, weil wir sehen, dass im Hintergrund noch ein Schienenstrang verläuft. Und dass die Bahn so aussieht, wie sie aussieht, dafür hast du nicht zu beigetragen, weil beim Anfahren pustet die halt oben eine ganze Menge raus. Ansonsten Bildaufbau ganz okay. Könnte vielleicht sogar noch am linken Bildrand ein bisschen enger beschnitten sein. Dann kriegt die Kurve der Schienen noch ein bisschen mehr Dynamik. Ein gutes Harzbahnfoto. Aber ich habe auch schon bessere gesehen. Jörn Hudav hat einen Bienenpopo fotografiert. Und ja, Jörn, was soll ich dazu sagen? Was mir gefällt, ist die Farbe und die Abgrenzung der Farbe zum sehr dunklen Hintergrund. Also die Blüte und der Hintergrund sind super. Die Biene ist total ein störendes Objekt da drin. Also dann heißt der Bildtitel eines Bildes auch noch Biene. Also wenn er jetzt Blüte heißen würde, würde ich sagen, okay, die Biene ist aus Versehen da reingeflogen. Das hast du nicht gesehen, als du es mir zugeschickt hast. Und deswegen sehe ich jetzt den Bienenhintern. So, ja. Nehmen wir mal an, es sollte ein Bienenfoto sein. Biene direkt genau in der Mitte. Biene von hinten fotografiert. Einfach nicht gut. Schärfentiefe nicht ausreichend für ein gutes Bienenfoto. Also wir müssen halt warten, bis die Biene wieder wegfliegt. Das ist ja passiert. Also die ist ja nicht an der Blüte festgeklebt und ist dann nie wieder weggekommen. Insofern könnte man auch sagen, du hast einfach einen falschen Moment ausgelöst. Aber es ist halt einfach kein gutes Bienenfoto. Ein ganz okayes Blütenfoto ist es aber. Wäre die Biene nicht da. Katrin Wolke hat dieses Foto hier eingesandt. Und das zeigt eine Goldmeerkatze in Uganda. Puh. Okay. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, weil Uganda klingt wirklich aufregend, was die Tier- und Naturfotografie betrifft. Ich hatte für dich der Hinweis, und er gilt auch für alle anderen hier, bitte sendet eure Bilder mindestens in Full-HD-Auflösung. Also 1920x1080. Dein Bild ist hier wieder ein bisschen zu klein geraten. Wahrscheinlich hat dein Mail-Programm automatisch das Bild verkleinert beim Verschicken. Da so ein bisschen auf achten, dass das deaktiviert ist. Das vermeidet ihr am besten, indem ihr Links schickt oder V-Transfer-Mails oder Ähnliches. Oder halt Dropbox-Links. Also darauf, das gilt für alle, darauf achten. Schöner wäre es noch, ihr würdet langsam anfangen in mindestens 4K. Also mit 3840 auf der langen Kante zu senden. Das hat den großen Vorteil, dass wir den nächsten Mal ein paar Bildbesprechungen in 4K rausballern können. So, ansonsten ein schönes Foto. Ihr sitzt da im Schilf, die Meerkatze. Die sieht wirklich auch cool aus. Gute Schärfe nach hinten, also auch gute Unschärfe nach hinten. Das Ganze ist mit 150 Millimeter an Micro-Ferserts fotografiert. Gefällt mir gut. Das Bokeh oberhalb, diese hellen Schlecken, die direkt oberhalb des Meerkatzenkopfes sind, gefallen mir zwar nicht von der Stelle her, aber mir gefällt die Anmutung des Bokehs da ganz gut. Insgesamt muss man sagen, ein ganz gutes Meerkatzenfoto. Was allerdings auch ein bisschen von der Exotik des Tieres lebt. Von Luca Jorina haben wir diese Einsendung hier. Boah, Luca, ich glaube, das ist unfassbar lange her, dass es eingesandt worden ist. Weil bei mir steht ja der Bildtitel dran, dass du 13 Jahre alt bist. Und ich weiß ja, wie alt du wirklich bist. Boah, wie ist denn das hier übrig geblieben? Weil wir haben diverse Male archiviert. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich sehen kann, wann das abgespeichert wurde. Nee, das kann ich so nicht sehen, leider. Ja, also erstmal, Luca, es freut mich, dass du weiter Bilder einsendest, weil ich glaube, du hast noch neuere geschickt, wenn ich es richtig gesehen habe, im Mailpassfach. Und es freut mich, dass du am Fotografieren bist. Ich mag hier den Look nicht. Ich finde das hier zu düster, zu grünlich. Und auch die Farbabrisse in den Wolken und den Kanten gefallen mir nicht so richtig. Das weißt du aber alles, weil wir uns kennen und häufiger auch zwischendurch miteinander kommuniziert haben. Da sind halt einfach auch hässliche Tonwertabrisse zwischen grün, magenta und so im Himmel. Das Motiv ist auch nicht so richtig dolle und die Sonne ist trotz der starken Unterbelichtung ausgebrannt. Aber ich glaube, ich erzähle dir nichts Neues. Du weißt ziemlich genau, wie Fotografieren geht. Vielleicht kann ich das Foto als Aufhänger nehmen, zu sagen, liebe Kids da draußen, Fotografieren ist ein richtig geiles Hobby. Und ihr könnt richtig doll weiterkommen, wenn ihr da Bock drauf habt. Such doch einfach mal nach Lukas Bildern auf Instagram. Luca Jurina, da müsstet ihr eigentlich Lukas Bilder finden, tippe ich jetzt mal. Da seht ihr die Entwicklung wie die letzten Jahre. Und wenn ihr Hilfe dabei braucht, wir haben Workshops für Kinder und Jugendliche. Wir haben auch normale Grundlagenkurse, die ihr so mit 13, 14 auch besuchen könnt in den einzelnen Städten. Und liebe Eltern, wenn ihr da Bock drauf habt, schickt doch eure Kinder mal zu einem Jugendlichen-Webinar. Das hilft auf alle Fälle, die werden auf alle Fälle besser und können sich dann bei der Fotografie entwickeln. Und dann ist immer die Frage, bleiben diejenigen so am Ball, wie Luca es geblieben ist über Jahre? Oder haben sie da wieder ein anderes Hobby? Das ist bei Kindern ganz normal, aber man kann es ja mal probieren. Manfred Wendel hat an der U-Bahn in der Dülferstraße in München fotografiert. Und, boah Manfred, ein richtig geiler U-Bahnhof erst mal. Also ein wirklich richtig sehenswerter, fotogener U-Bahnhof. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, glaube ich, auf Fotos. Also man weiß ja nie, man kann sich natürlich auch täuschen. Aber mir ist es nicht bewusst, dass ich das schon gesehen habe. Also so ein Bild davon. Ich finde das natürlich auch unfassbar cool, dass auf beiden Seiten die U-Bahn durchfährt. Das muss ja irgendwie mit einer Langzeitbelichtung gemacht worden sein. Das gucke ich gleich nochmal nach. Hier in den Exportat, lass mich kurz gucken. Drei, also drei Sekunden wahrscheinlich belichtet. Brennweite 10 mm, Blende 11, APS-T Kamera. Was mir sofort auffällt ist, und ich habe das euch, also die, die hier regelmäßig zugucken, die können sich das schon vorstellen. Weil ich gucke halt in die Ecken. Und ich sehe, dass natürlich irgendwie das Pflaster, also das gekachelte, gefließte am Boden des U-Bahnhofes nicht identisch auf beiden Seiten ist. Das ist aber dem Bruch in der Symmetrie geschuldet, den da der Architekt vorgesehen hat. Aber ich glaube, dass die Rundbögen oben, dass die parallel verlaufen müssen. Und ich sehe oben links in der Ecke, dass wir noch einen Teil eines Rundbogens sehen. Und ich sehe, dass wir den oben rechts in der Ecke nicht sehen. Und wenn ich jetzt hier so eine gerade rüberziehe, sehe ich auch, dass das Bild ein ganz kleines bisschen kippt. Das heißt, der Bahnsteig, der Übergang aus Bahnsteig und Bewegungsunschärfe S-Bahn oder U-Bahn läuft nicht an derselben Stelle an den Bildrand. Und dadurch sehe ich, dass die Kammer nicht ganz gerade war. Und ich sehe es auch nach hinten, weil da gilt dasselbe für die Deckenkonstruktion, dass diese Bögen unterschiedlich groß sind. Da stand die Kammer wahrscheinlich nicht ganz genau in der Mitte und war ein bisschen auch noch gekippt. Und da arbeitet dran. Mega Motiv, geile Belichtungszeit, coole Location. Jetzt noch an den Details rumfeilen. Stopp, stopp, stopp. Du fragst dich, wo finde ich diese Informationen zur Island-Fotoreise? Super einfach. Du guckst einfach hier unten in die Beschreibung zum Video. In der Beschreibung zum Video ist ein Link zu den Island-Reisen. Wir machen drei Stück davon im Jahr. Eine im März, da geht es um das Thema Island im Winter und Nordlicht-Fotografie. Das ist eine Reise, die ausschließlich in Islands Süden, also in der Südküste stattfindet. Dann eine Ende Mai, Anfang Juni. No, das ist eine Reise, die findet statt in der, ich sag mal, vor der Hauptsaison. Da ist das Hochland noch gesperrt. Ist die mehr oder weniger selbe Route, die wir auch im Winter nutzen für unsere Island-Reisen. Da geht es so um die klassischen isländischen Wasserfälle, Gletscher-Lagune, Gletschersee, Stockness, Westerhorn und so weiter. Also die klassischen Island-Motive. Gaisir, Gullfoss, Skogafoss und so weiter. Du kennst das. Und dann gibt es natürlich jetzt im kommenden Jahr, also 2021, noch die Hochland-Westbäner-Inselreise. Und die findest du auch da drunter unter Abenteuerreise Island. Guck dich da super gerne um. Island ist nach wie vor ein Traumreiseziel. Und gerade in der kommenden Saison, wo vielleicht der Tourismus sich noch nicht so ganz wieder berappelt hat und vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen leerer ist, als es in den letzten Jahren immer mal wieder gewesen ist, wird das richtig, richtig Spaß machen. Jetzt wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Restwochenende. Geh raus fotografieren und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst hier auf dem Kanal wiedersehen.